Ich hoffe, Sie waren in der Zwischenzeit einmal da, in Wien. Ist Ihnen da gar nichts aufgefallen? Also Wien hat sich unheimlich verändert. Das kennen Sie nicht mehr wieder. Früher hat es immer geheißen, Wien bleibt Wien. Das stimmt nicht mehr mehr. Es ist eine völlig neue Stadt geworden. Das liegt daran, weil wir Wiener, wir sind noch charmanter geworden. Noch ein bisschen liebenswürdigere. Und etwas ist also jetzt in einem derartig hohen Maße bei uns. Das sticht Ihnen sofort ins Auge. Das merken Sie sofort. Also daran hat sich seit Jahrtausenden nichts geändert. Das ist unsere... Ich habe noch gar nichts gesagt. Das ist unsere... ...Bescheidenheit. Nein, wirklich, wir Wiener ist sowas von bescheiden. Also, weißer geht's nicht. Sonst wäre ja auch nicht der Lieblingsberuf eines fast jeden Österreichers ein Fixangestellter. Wenn vor dem Schalter die armen Barter enträngen und schiefen und fluchen und schreien, denkt der Beamte ihm mit meinem Ruh und macht ihm nur den Schalter zu. Höchstens, sie schreit noch, sagst einmal, versuch's denn hier. Vierter Stock, hinten die siebzehnte, dir. Ein kleiner Herrgott auf seinem Thron ist so eine Amtsperson. Am Bestand hat's ein Fix angestellt. Am Bestandsberechtigung, am Bestandsberechtigung, am Bestandsberechtigung. Am Bestandsberechtigung hat mir der Rachter-Bettig gescheit. Am Bestandsberechtigung erhält den Jungen. Er hat aber erst nix, er hat aber zweit nix. Doch was er hat, des hat er Fix. Nochmal, ja, was ist denn das? Ich hab er denn doch gesagt, dass er schon in der Hintern stellt. Am Bestand hat er Fix angestellt. Am Bestandsberechtigung erhält den Jungen, Jungen, Jungen. Und die Gehaltskaufbesserung, Jungen, Jungen, Jungen. Die bringt den ersten Schwung. Ist wo ein Mädel recht zierlich und fein, tritt sie ins Opernballettchor hinein. Und sie tanzt dort mit 20 Jahren, mit 30 Jahren, mit 40 Jahren. Und wenn die Zeit auch allmählich vergeht, aber der Dienstvertrag weiter besteht, und auch mit 50 Jahren noch, na, das macht nix, sie tanzt doch. Am Bestand hat's ein Fix angestellt. Mit Pensionsberechtigung, mit Pensionsberechtigung. Und wird er auf der Welt gegestellt. Die Pensionsberechtigung erhält den Jungen. Er hat aber erst nix, er hat aber zweit nix. Doch was er hat, das hat er fix. Nur einmal, sie sind schon wieder da, mit dem Abkanzungsschalter 17. Ah, das hat's ein Fix angestellt. Und die Pensionsberechtigung erhält den Jungen, Jungen, Jungen. Und die Gehaltskaufbesserung, Jungen, Jungen, Jungen. Die bringt ihn erst in Schwung. Hallo, Herr Kollege. Herr Kollege, aufwachen. Aufwachen, Herr Kollege. Was ist denn, was ist denn? Na ja, 12 Uhr, Mittagstause. Was? Ah, heutz arbeite ich durch.